Willkommen bei SHIFT, einer revolutionären App, die von Crowdware entwickelt wurde und es dir ermöglicht, Liquid Microcoins oder auch LMC's zu schöpfen, zu geben und zu empfangen. Heute führen wir dich durch die Nutzung dieser App. Los geht's! Nach dem Herunterladen und Öffnen von SHIFT triffst du auf eine wichtige Nachricht. Überspringe sie nicht! Diese Nachricht erinnert dich daran, die App nicht zu deinstallieren, um Datenverlust zu vermeiden. Um Vorteile durch das Einladen von Freunden zu erhalten, musst du einen Einladungscode verwenden. Wenn du noch keinen hast, mach dir keine Sorgen, wir haben einen für dich. Deine Privatsphäre ist uns sehr wichtig, deshalb bleiben deine Daten auch auf deinem Handy. Wir benötigen lediglich einen Namen, der bei den Empfängern angezeigt wird, wenn sie eine Zahlung von dir erhalten. Jetzt fangen wir an, einige LMC's zu schöpfen. Navigiere zum Startbildschirm und drücke die Schaltfläche Schöpfen starten, um anzufangen. Das Beste daran? LMC's können auch dann geschöpft werden, wenn du die App nicht aktiv nutzt. Denke nur daran, den Schöpfungsprozess alle 20 Stunden zu erneuern. Eine Zahlung in Schiff zu empfangen ist so einfach wie das Drehen der Zeiger einer Uhr. Drücke die Schaltfläche Empfangen und stelle die Zeiger der Uhr auf den gewünschten Wert ein. Die Gesamt-LMC's werden dann für dich berechnet. Die Abrechnung erfolgt immer in Stunden und Minuten. Du kannst aber auch einen zusätzlichen Betrag für Material oder ähnliches eingeben. Nachdem du einen Verwendungszweck für die Transaktion eingegeben hast, wird ein QR-Code angezeigt, den der Geber scannen muss. Um eine Zahlung zu tätigen, drücke einfach die Schaltfläche Geben. Aktiviere dann deine Kamera und scanne den vom Empfänger bereitgestellten QR-Code. Wenn du den Vorschlag annehmen möchtest, dann drücke die Schaltfläche zustimmen. Ein neuer QR-Code wird generiert und der Betrag der LMC wird bereits von deinem Konto abgezogen. Das Abschließen der Transaktion ist einfach. Alles was der Empfänger tun muss, ist die Schaltfläche Vereinbarung scannen zu drücken, um den Vereinbarungs-QR-Code zu scannen. Nach diesem Schritt wird der Betrag der LMC auf deinem Konto gutgeschrieben. Einen Fehler gemacht? Kein Problem. Wenn der Empfänger die Vereinbarung nicht gescannt hat, wird die Transaktion nicht endgültig abgeschlossen. Aber dafür haben wir eine Lösung. Auf dem Hauptbildschirm des Gebers wähle die Transaktion mit einem negativen Betrag aus und ein QR-Code wird angezeigt. Der Empfänger muss nur diesen Code scannen, um die Transaktion abzuschließen. Und das war's. Die Nutzung von Shift ist so einfach wie 1, 2, 3. Denke daran, das Schöne an Shift ist, dass wir überhaupt keine Internetverbindung oder Bluetooth benötigen. Also, warum warten? Fang heute an, Shift zu nutzen und erlebe die Zukunft der Mikrotransaktionen. Lade Shift jetzt herunter, lade deine Freunde ein und fange an, deine LMCs zu schöpfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und denke daran, deinen Weg zu einer besseren Zukunft zu wechseln. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020